Heute sprechen wir darüber, wie du dich in einer neuen Klasse verhalten solltest. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Und ein Faktor, der da ganz, ganz oft vernachlässigt wird, ist eigentlich so das soziale Umfeld. Damit meine ich nicht nur Eltern und Freunde, sondern vor allem auch die Klassenkameraden. Ja, wir sind so oft fokussiert auf die Lernstrategie, wie bleibe ich motiviert, wie organisiere ich mich, wie mache ich die Prüfung richtig, wie habe ich weniger Prüfungsangst und so weiter. Aber was sehr selten thematisiert wird und ich erst auch als letzte Komponente bei uns zum Beispiel noch ins Coaching reingenommen habe, weil es einfach so wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist die Frage, wie gehe ich eigentlich mit meinem sozialen Umfeld innerhalb der Schule um. Und natürlich auch vor allem damit, was jetzt glaube ich gerade vielleicht bei sehr, sehr vielen von euch passiert, ist, wenn ich in eine neue Klasse komme. Sei das jetzt, weil du die Schule gewechselt hast, sei das, weil du nochmal wiederholen musstest oder wie auch immer. Oder einfach nur, weil du jetzt in der Oberstufe bist, die Kurse neu sortiert worden sind, du vielleicht sogar in jeder Stunde eine neue Klasse hast. Und jetzt natürlich die Frage, wie gehst du damit um. Ich denke, das Wichtigste ist erstmal, dir keinen allzu großen Kopf zu machen, weil für jeden ist die Situation neu, außer du bist jetzt der Neue, dann ist natürlich nochmal mehr Druck vielleicht auf dir. Aber auch da, selbst in der Situation, ganz ehrlich, natürlich werden die anderen sich dafür interessieren, wer ist jetzt diese Person, aber mehr ist es ja auch nicht. Ja, deswegen würde ich einfach, egal in welcher Form du jetzt in einer neuen Klasse bist, mich als allererstes mal einfach so verhalten, wie du bist. So, du musst jetzt nicht auf einmal so tun, als wäre es der Oberkuhle, wenn du nicht der Oberkuhle bist. Du brauchst dich nicht zurückhalten, wenn du eher vielleicht ein bisschen extravertiert bist. Deswegen da einfach mal voll easy rein. Ja, dann ist natürlich auch die Frage, was ist überhaupt dein Ziel? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich euch sehr, sehr stark empfehlen kann, sich jetzt einfach mal zu überlegen, was ist denn überhaupt mein Ziel? Ist dein Ziel, möglichst viele Freunde zu haben? Ist dein Ziel, ein oder zwei richtig gute Freunde zu haben, die auch richtig gut zu dir passen? Ist dein Ziel, möglichst wenig mit allem zu tun zu haben und einfach nur deinen Noten nachzugehen? Das solltest du dir halt bewusst sein. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Es ist weder falsch zu sagen, boah, ich will jetzt der Allerbeliebteste hier sein, noch zu sagen, ihr könnt mich alle mal und ich setze mich in die erste Reihe und konzentriere mich nur auf meine Sachen. Du musst halt für dich entscheiden, was du möchtest. Und dementsprechend würde ich halt dann auch mein Verhalten anpassen. Zum Beispiel für mich war es in der Oberstufe irgendwann so, ich wusste, ich habe meine ein, zwei Freunde, das reicht mir. Und habe auch so noch so eine Clique quasi, in der ich mich wohlfühle. Aber es war mir alles einfach dann mit der Zeit nicht mehr so wichtig. Und habe dann für mich einfach beschlossen, ganz ehrlich, ich will mich einfach mal auf meine Noten konzentrieren. Ich will für mich Spaß im Unterricht haben. Ja, zum Beispiel irgendwie, dass ich an meinem Handy irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsbücher in den Doppeldeutschstunden gelesen habe. Ja, das war halt dann meine Priorität. Und du musst dir überlegen, was ist deine Priorität? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die ist einfach wichtig, was vielleicht, denke ich, auch viele von euch zutrifft, dass ihr auf jeden Fall sehr gute Noten schreiben wollt und einfach nur nicht von irgendwie die Personen in der Klasse werden, auf die die ganze Zeit geschossen wird. Ja, ich glaube, es gibt jetzt nicht, die wenigsten von euch haben jetzt unbedingt so dieses Verlangen danach, super beliebt in der Klasse zu sein. Aber was, glaube ich, nicht cool für die meisten von euch wäre, wäre, wenn ihr das Gefühl habt, euch gegenüber herrschen, eine negative Stimmung in der Klasse. Das war bei mir, denke ich, im direkten Kontakt nicht so, aber es war sicherlich hinter meinem Rücken, gab es bestimmt ein bisschen Stimmung so. Aber ich bin zum Beispiel so der Typ, der macht das nicht so viel aus. Aber ich glaube, da sind viele von euch anders. Deswegen jetzt mal für das Beispiel, oder für die Prioritätsausrichtung, die ich jetzt gerade genannt habe, würde ich euch einfach empfehlen, verhaltet euch relativ unauffällig. Kontriert euch einfach auf eure Sachen, setzt euch zum Beispiel in die erste, zweite Reihe. Ihr müsst euch ja nicht komplett alleine hinsetzen, weil da wird man auch schnell aus dieser Strebe oder was auch immer abgestempelt. Aber setzt euch vielleicht einfach neben jemand anderes, wo ihr das Gefühl habt, hey, die Person ist mir sympathisch. Ich weiß aber irgendwie auch, die redet nicht die ganze Zeit und hält mich vom Unterricht ab. Irgendwo, wo der Lehrer dich gut sehen kann. Und dann bist du eigentlich schon good to go. Ja, du musst ja, seid euch auch da bewusst, ihr müsst nicht alles so super spektakulär und Ding machen. Ja, jetzt auch zum Beispiel hier in den Videos. Geht es nicht darum, dass du die 37 spezialen Psycho-Hacks lernst, mit denen auf einmal alle sagen, wow, ey, oder sie, sie haben all die krasseste Person ever und zum Glück haben wir die in der Klasse. Sondern es geht eigentlich nur darum, wie kannst du dir eine Umgebung erschaffen, in der du dich wohlfühlst und deine Noten schreiben kannst. Ja, und dann, wenn du dann mit 1, 2, 3, 4 Leuten noch Kontakte knüpfst und dann merkst, hey, man versteht sich irgendwie gut und ihr unterstützt euch und ihr redet gut in der Pause, dann ist das ja wunderbar. Ja, ihr müsst ja dann nicht immer noch top, 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 top gehen. Wenn es für dich jetzt so ist, dass du sagst, du bist relativ anfällig dafür, dass, keine Ahnung, Leute irgendwie Witze über dich machen und du vielleicht auch ein geringes Selbstvertrauen hast und du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst, dann ist, glaube ich, die allerwichtigste Sache, wenn du, wenn sich wirklich die Klasse signifikant verändert hat, also jetzt nicht nur 3, 4 Leute sich geändert haben, sondern du wirklich in eine Klasse kommst, die du entweder noch gar nicht kennst oder wo wirklich 60, 70 Prozent der Leute, du mit denen noch nie in der Klasse warst, dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste für dich, diese Identität, die in deinem Kopf herrscht, von wegen, oh, ich bin bestimmt wieder die Person, die keiner mag, das abzulegen. Weil solange du das selbst über dich denkst, wirst du es ausstrahlen. Ja, das kennst du vielleicht aus verschiedenen sozialen Situationen, das ist irgendwie das, was du über dich selbst dachtest, die andere Menschen auf einmal auch glauben. Nicht, weil es zwangshäufig so ist, sondern weil du es ausstrahlst. Und das merkt man, merkt ihr vielleicht auch, habt ihr vielleicht auch schon mal bei anderen Personen gesehen. Es gibt Leute, die kommen in die Klasse, Schultern hochgezogen, gucken auf den Boden, Schultasche so, ja, das ist einfach schon so dieses, ah, ich fühle mich hier nicht wohl, ah, und dann ist es natürlich immer ein leichtes Opfer für diejenigen, die jetzt irgendwie denken, sie müssen Witze reißen oder sonst irgendwas. Deswegen, ihr müsst jetzt ordentlich übertrieben, boah, da, da, da sein, ne? Einfach nur normal. Habt keine Angst, dass irgendwer euch verurteilt, habt keine Angst davor, dass irgendwer einen dummen Spruch über euch macht. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert zum Beispiel, viel, 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 viel geringer. Wenn du jetzt sagst, boah, mir ist das schon wichtig, irgendwie auch richtig gute Freundschaften aufzubauen und vielleicht auch ziemlich beliebt zu sein, dann würde ich mich auch in dem Moment nicht zu sehr gleich darauf fokussieren, mit jedem gleich befreundet zu sein. Ich denke, das Wichtigste, um grundsätzlich in der Klasse oder auch in der Jagenstufe beliebt zu sein, ist nämlich zum Beispiel gar nicht zwangsläufig, der Allerkoolste zu sein. Ja, ich zum Beispiel, ich fand mich super cool in der Oberstufe, aber, und ich glaube, es hat mich auch jeder respektiert, aber es würde nicht sagen, dass mich jeder gemocht hat. Einfach, weil ich einfach extrem auf mich selbst fokussiert war und das ist halt eine Eigenschaft, die jetzt nicht zwangsläufig dazu sorgt, dass größere Verbindungen entstehen. Deswegen, wenn es dir einfach super wichtig ist, vielleicht auch, weil es dir Schutz vor dem Gedanken gibt, dass du vielleicht die Person sein könntest, auf die sich eben die Klasse so ein bisschen einschießt, dann versuch einfach nur möglichst hilfsbereit zu sein. Ich glaube, Hilfsbereitschaft ist eine Sache, die wird in jeder Jagenstufe einfach gewertschätzt, ob es bewusst oder unbewusst passiert. Weil wenn du derjenige bist oder diejenige, denjenigen, die vielleicht sich halt ein bisschen schwerer tun, wenn du denen hilfst, wenn du jemand bist, der immer gut die Hausaufgaben hat und die vielleicht auch mal andere abschreiben lässt und so weiter, auch zu den Lehrern nett bist und so weiter und einfach nicht zu sehr in irgendein Extrem von irgendwas gehst, dann bist du meistens good to go. Ja, dann bist du good to go. Und ich denke, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was noch eine sehr spannende Sache sein kann, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, okay, das ist eine Klasse, wo sich gerade die ganze Hierarchie neu formt. Ist das zum Beispiel auch eine Sache, wo du dich davor schon fragen kannst, okay, wo möchte ich denn eigentlich in der Hierarchie stehen? Weil in jeder Klasse formt sich zwangsläufig eine Hierarchie. Es wird nie so sein, dass da 25 Schüler sitzen und alle werden von jedem genau gleich betrachtet. Es wird immer diejenigen geben, die irgendwie die coolen sind und von hinten immer rein streiten. Es wird immer die Streber vorne in der ersten Klasse, in der ersten Klasse, in der ersten Reihe geben und 127 andere Arten von Schülern, die ihr auch alle ganz genauso gut kennt wie ich. Die Frage ist halt, wer möchtest du sein? Möchtest du lieber die Stille sein, von der niemand was mitbekommt und über die aber auch niemand spricht und das ist in Ordnung für dich? Dann sei das. Möchtest du lieber derjenige sein, wo, wenn der was sagt, hören alle auf ihn? Dann strahl es auch aus. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und sei dir vor allem auch bewusst, wie unglaublich formbar Menschen sind. Also das ist wirklich extrem krass. Wenn du einfach in einer Gruppe was ausstrahlst oder was sein möchtest und du bist es einfach, dann wird es auch jeder akzeptieren. Deswegen macht ihr eigentlich, ihr merkt doch schon, wenn wir das Video mal zusammenfassen, ist es eigentlich relativ einfach. Sei, wer du bist, überleg dir, wer du sein möchtest und versuch einfach, diese Entwicklung möglichst gut zu gehen und alles andere wird sich sowieso so richten, wie es sich für dich am besten anfühlt und hab einfach das Gefühl, dass es irgendwie besser oder schlechter wäre, was anderes zu sein. Sei einfach du, schütz dich gegen irgendwelche verbalen Angriffe, das ist nicht cool und ansonsten wird das Ganze laufen. Deswegen viel Spaß bei euch für euch im neuen Schuljahr. Denkt dran, ich glaube immer an euch. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene. No, my city's blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.